an er ist aber nicht weiter hallo und herzlich willkommen zu neuen folge von faktorio wir haben es jetzt 23 also ende ist 35 gut wir haben jetzt genug eisenproduktion denn es lief gerade noch ein stückchen weiter und zwei minuten glaube ich genug zahlräder jetzt hier übertrieben viele Zahnräder glaube es ist noch so ist noch wenig ist nicht viel im Moment wo wir keine verarbeiten ist viel okay da was auch er könnte immer wieder vor 8 er vorstellt er dafür brauchen wir schon die die Fächerche automatisch machen deswegen speichert was er gerade ach so ok Prozent da bräuchten noch ein paar davon was braucht man endlich für die Fläche ich hab gar nicht geguckt na dann kannst du ja gleich mal gucken dann kann ich das gleich mal machen nebenbei also Zahnräder und Kopperpläte Zahnräder und Kopperpläte dann machen wir hier nämlich ein Splitting und hier machen wir Zahnräder äh ne der eine Ufen ist schon voll wir sollten es mal mit dem Kopper beeilen bitte der eine Ufen kann schon nicht mehr arbeiten hat es ja egal der komplett voll ist wir sollten uns mit dem Kopper beeilen ähm dann brauche ich Förderbänder und dafür brauche ich Plates äh dann schnapp ich glaube ich mir mal wieder scheiße nein äh man kann das drehen ja mit R oh so ich hab gefehlt ich wollte F drücken und drücken R ah warum kann ich mir keine Eisenplates schnappen hallo Blue Spiel ich hab der Eisenplates mit F ja ich irgendwie hat er keinen Bock ja du musst drauflaufen auch achso so äh wie will ich das jetzt hier machen so dann möchte ich bitte hier einmal ab aufsplitten okay Eisenplates äh wenn du Lust und Zeit hast kannst du noch mal ein bisschen unsere Eisenproduktion optimieren also mehr Eisendrill und ein paar mehr Ofen wenn du Lust und Zeit hast oder Öfen kann ich bauen äh ich 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 baue erstmal ein paar Ö warte Öfen ach baue ich erstmal noch zwei Stück hier hin so da ein und da ein dann brauche ich diese 3 A wir sind bei Logistik davon brauche ich 4 1 2 wenn man die schnellen Greifarme jetzt sind wenn wir jetzt schon weitermachen dann nimmt man sich schon die blauen Greifarme so zu spät na gut äh das ist was auf die linke Seite und auf die linke Seite und die müssen dann noch mit Strom verbunden äh die Farce dann brauche ich noch ein bisschen mehr was fehlt mir noch äh Iron Place wahrscheinlich ne Copper ok gut das ist kein Problem Copper haben wir genug so 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 ein dieser Farce Dinger kommt dahin der zweite kommt dahin und jetzt brauche ich nur noch Transport Belts so so zwei die bringt sich ok 4 klar Moment so bin wir da man sagt uns Reisenproduktion optimiert das ist sehr gut so langsam ja also da wir arbeiten bisschen schneller jetzt mit der Eisenproduktion als das weisen produzieren gut mhm das ist ja gut so fließt man kann sich übrigens hier unten wegschnappen ach der Baut Fließbänder nice ja Prozent wir haben aber gerade ein Problem sehe ich eine Kiste hinsetzen oder so guck mal guck mal auf unsere Stromproduktion und unser Stromverbrauch wir brauchen einen wir brauchen äh 20 Eisenplatten bitte kommt ein paar Eisenplatten okay ich ich schnapp mir mal ich stelle mich jetzt hier AFK hin und sammle Eisenplatten verdammt ich hab schon eigentlich noch Eisenplatten jetzt denn wir brauchen einen neuen na kannst du ja raten einen neuen Beuler ja eine neue Dampfmaschine und Beule brauchen wir auch noch gleich na gut ach der macht ja wie den Zug aber gucken wir uns aus unserem Beuler sehen wir wir haben nicht genug äh nicht genug Temperatur deswegen brauchen wir einen zweiten Beuler und dafür brauche ich bitte ähm Stein ich brauche bitte Stein äh ich brauche bitte Stein soll ich den Ding einfach einen zweiten Beuler bauen? ja dann mach das und setzen da bitte dahinter direkt äh hinter den ersten also hier hin wo äh da genau hier hin da warte ich baue ab da okay dahin gut so genau äh dann hab ich noch äh Pipes äh so guck mal gleich werden sie wieder äh gleich steigt die Temperatur erstmal sind wir schon bei 81 Grad 84 96 sind wir bei 100 Grad jetzt ist die Leistung auch wieder fast ganz oben die verfügbare Leistung die steigt nämlich gerade jetzt sehen wir sind wir schon bei einer Temperatur von 98 Grad 90 Grad Stromverbrauch passt äh Stromproduktion passt wieder genau gut weil wir müssen mal an die Fließbandproduktion eine Kiste oder sowas rein klatschen ne 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 das ist wirklich so das reicht schon alles weil später mal wenn wir zu wenig davon haben ehrlich jetzt so so bist du so das ist nicht ab jetzt genug Zeit weg und später noch können auch genug hast äh davon bräuchte eins äh so wir möchten jetzt bitte äh einmal das hier bauen wir möchten jetzt hier hinten unsere Flächenproduktion aufbauen so machen wir auf der anderen Seite auch ich mach das mal so public style ne 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 das haben wir doch schon da oben das brauchst du nicht das haben wir doch hier schon umgeregelt das hier was das hier ist extra äh zum Abzweigen von der Flächenproduktion achso das machen nämlich so und jetzt baue ich nämlich hier warte mal kurz mal kurz kurz gucken auf welcher Höhe ist das hier ja so ich bin blöd ich weiß einst unterbauen und jetzt drüber h h h h h warum funktioniert die Waffe nicht h 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 So, jetzt zeig ich dir mal, wie man das hier löst, ganz einfach. Okay, ich muss wieder was anderes in die Hand nehmen. Gut, das hatte ich wenigstens keine Waffe mehr. Das sieht sehr interessant aus. Wenn jetzt der Topics mal richtig bauen würde. Das sieht überhaupt nicht chaotisch aus. So wird unser Base-Verfluss irgendwie aussehen. Wenn wir umgeprobiert sind, was uns nicht zu klatschen, ne? Naja, aber aber unbrauchst, dass man noch nicht so viel Platz braucht, als wir es hier. Und in die Richtung vielleicht noch ein bisschen Platz schaffen. Oh, ich hab keine Spitze mehr. Deswegen dauert es so lange. Das ist blöd. Das ist ein Stahlprodukt, ne, oder? Ne, noch nicht. Na gut, dann mach ich mir noch ein Eisen. Können wir aber demnächst machen, wenn wir genug Eisen haben. Ja, im Moment siehst du, wir haben immer noch zu wenig Eisenproduktion, weil unsere Drills zu langsam sind. Kriegen wir irgendwann bessere Drills? Ne, die Drills bleiben. Da müssen wir aber mehr bauen einfach. Okay. Das ist der ganze Trick. Mehr bauen? Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Oh, ich wurde auf WhatsApp angeschrieben. Nein! Nicht im Let's Play! Nein, nein. Okay. Wir müssen aufpassen, wir haben nur noch fünf, sechs Minuten. Ach, das ist ein Thema gestellt. Ne, ich hab auf Sandy geguckt. Nein, das sieht nicht chaotisch aus. Da kommst du noch drauf. Ja, und hier ist dann die Fläche. Ah, ich verstehe, dass dieses Ding endlich macht. Das ist wie diese, wie dieser Autocraft-Kurse bei Vize-Biest. Ach, so, dass du das sind Montage-Maschinen, einfach nur das Ding baut, einfach die Sachen zusammen, die wir brauchen. Wenn wir draufdrücken, dann kannst du die Autocraft-Kurse auf den Kälten. Ah, ja, so ähnlich. Guck mal, und dadurch, dass das hier hinten ist, guck mal, ein Klinkarm kann der nur immer von einem Band, was direkt vor ihm ist, nicht wahr? Guck mal, jetzt setzt sich ein Roten hier hin, weil der braucht noch Strom. Guck mal, was der jetzt macht. Also, wenn wir jetzt noch die Flächen hier angeben. Guck mal, jetzt sitzt er von da hinten. Ah, okay. Dann, äh, ich guck mal, ob ich Materialien für einen Blauen zusammenkriege. Ah, ne, ich hab schon fast, ich hab schon fast. Jetzt müssen wir so noch... Jetzt... Wie das aussieht, einfach. Eisenplatten. Ich kann ja nachher mal kurz, wenn du noch Zeit hast, eine Map von mir reinladen. Okay. Das sind die Zuschauer nicht, das ist nämlich meine Map. Äh, und dann wohl... Und dann hier unten lang wieder zurückleiten, ne? Zu diesen Kommission. Äh, ne, 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 ne. Hier hinten, guck mal, hier haben wir rechts ganz viel Platz. Okay. Hier unten, wo ich jetzt stehe, kommen die Forschungslabore ungefähr hin. Nein, ne, ein bisschen bei der rechts. Ach, du baust nur... wir bauen neue Forschungslabore. Okay. Du weißt, wie lange wir mit einem brauchen in Down zum Forschung. Wir bauen gleich sechs Stück auf einmal. Okay, äh... Und wir brauchen drei Flächen... Äh, Flächen... Äh, ne, zwei... doch, drei... Drei so eine Flächenproducer hier, so eine Montagemaschine mit Flächen. Dann zieh ich schon mal die Leitung. Wir lassen mal ein bisschen Platz. Wir haben einen Platz, deswegen lass ich gleich mal ein bisschen Platz hier. Äh, stell's mal höher. Höher... Ne, 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 ist alles gut, alles gut, alles gut. Guck mal, da ran musst du kommen, irgendwie. Wie, ist mir egal. Ja, ich hab bloß keine Bänder mehr. Na dann, hol dir ein paar Bänder. Jo, ist gut. Na gut, die Bänder kann ich erstmal hier in der Kiste packen lassen, weil das ist jetzt hier nicht so... Äh, warte, ich hab'n... Ach, ne, das ist ja Quatsch. Mit dem Band kann man nichts in die Kiste packen. Ich hab' noch'n Klick am Roboter. Und jetzt war deine Meinung zu dem Spiel, wie findest du's? Jo, ich bin ganz gut. Gut. Wie bescheuert das Aussicht in der Rente? Nein, ich weiß, es ist lustig. Äh, äh... Der Walsch, der Walsch, der Walsch so ein bisschen. Äh, in diesem Strom, da. alle Bänder schön drehen hier und so jetzt brauchen wir noch die Fast-Inserter noch ein paar, muss man noch kurz ein bisschen warten soll ich noch weiterziehen die Linie einfach noch? ne ne das reicht, lass erstmal so wie lange haben wir noch? wir haben noch zwei Minuten ok er wird das hier oben noch ein bisschen länger ziehen hier, wo stehe die zwei kannst du ein bisschen länger ziehen und wir erforschen erstmal nebenbei noch, drücke schon mal drauf, auf das hier ganz zu wenig Eisen, eindeutig ok, dann würde ich sagen, da bauen wir mal noch so eine Maschine ja kümmer ich mich dann mal drum wenn ich noch genug Zeit dazu habe ach du Scheiße, 23 Eisen ich hole mir Eisen, indem ich Eisen klaue aus der Maschine nein, hier, jetzt stehe ich auf dem Fließband, gut ich wollte das hier was ankommen, dann kommt trotzdem nichts an wir haben noch ein Fast und Seto zusammengekriegt, jetzt machen wir nämlich die Flaschen, die jetzt hier vorbeikommen packen wir automatisch in die Forschungsmaschine dann machen wir noch die Bäume hier ab ab und ich schließe das Ding noch ein ich habe mir glaube ich ein bisschen viel Transportbänder genommen, obwohl das produziert relativ schnell gut bald ich die einfach mal und zieh das hier noch nicht viel länger dann alles wie ich habe mich also ich habe mir nicht mehr